moin moin meine freunde der musikalisch unterhaltung was geht ab jetzt euer dj7 und herzlich willkommen zu vlog nummer 10 und es ist der vlog wo sauviel auf dem plan steht heute geht es zu eldo radio da geht es übrigens ins neue studio dann steht sofort freitag mittags gymnasium an dann geht es von da aus sofort in den blondes club und samstag auch wieder blondes club es für ein stressiges aber ich würde sagen sehr cooles wochenende ich freue mich drauf und wie ihr vielleicht schon bemerkt hat nämlich mit der spielreflex auf mit meinem neuen ringlicht und fragen euch sieht das besser aus wenn ihr es besser findet gibt mir mal sofort einen daumen nach oben oder schreibst unten in die kommentare was besser ist die vlogging kamera oder die kamera zu der anmodulation und ich würde sagen nicht lange gerede auf geht's jetzt zu eldo radio und dann viel spaß beim vlog so und wie gesagt hier das neue studio vom eldo radio und ich würde sagen das sieht fresh aus wir sind gerade in der sendung aber das studio wo ich euch natürlich freunde hatten aber wir gucken mal in der klasse im empfunden der top 6 stanz aber auch die chance im donner schnauwen und ich würde sagen wir mal in der klasse im empfunden der top 6 stanz aber auch die chance im donner schnauwen live gemixte von janko auf um 7 in unserem neuen studio und kirchbierch rtl city und auf der platz Nummer 3 sind nur die haben uns sehr gerne die haben uns sehr gerne florida 99% von der 2-3 hier ist cake a cake so und das war die erste sendung hier im neuen eldo radio studio und es war auch gleichzeitig von dem ersten tag wir sehen uns morgen und zwar im gymnasium die kirch so und ich bin gerade hier vom gymnasium wir bereiten gerade alles vor hier sind extra eine mauer die aufgerichtet wurde von der stadt die kirch weil so viele leute hier erwartet werden so mein freunde und es steht alles wir sind bereit die 4d ist auch jetzt am start hier mit der hier we go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020